Lara, du schießt den ersten Elfmeter und Janna, du den letzten. Kann ich dich früher schießen? Nein, ich möchte, dass du den letzten schießt. Okay, Coach. Okay, das habe ich auch genug trainiert. Ich kriege das hin. Es sind nur elf Beta. Ich mache den jetzt rein, dann können wir doch gewinnen. Wir wollen eigentlich nur so schlecht sein. Ich habe mein Team im Stich gelassen. Ich bin dran schuld, dass wir den Titel nicht gewonnen haben.